guten morgen ihr lieben also ich fange jetzt erst mal an den rem zu tanken gestern habe ich ihn schon gewaschen dann fahre ich an den stall und fange an mal die ganzen sachen einzupacken was wir alles noch für morgen brauchen bzw um heute abend das ganze auto zu packen jetzt habe ich schon mal die boxen gemistet jetzt fange ich gleich an den hänger mal anzuhängen dann die ganzen sattelschränke auszuräumen dann fahre ich noch mit dem hänger an die tankstelle guck noch mal dass natürlich genug luft auf den reifen ist ja ich bin so aufgeregt vor morgen ja vor allem unser patient dauerpatient annie hat natürlich wieder ein hufgespür gestern bekommen dass ich dann halt aufgemacht habe und jetzt einen kleinen verband drauf habe ja gucken wir mal ob wir die hufschuhe drauf bekommen und sie überhaupt laufen kann ansonsten gibt es für die in die einen sehr entspannten urlaub in dem sie einfach nur rum steht der thomas und ich mich abwechselnd mit reiten und fahrradfahren so habe ich mal angehängt unser kleines gespannt und fangen jetzt einfach mal an einzuräumen bzw mal alles rauszuräumen dann zu gucken wie wir das alles einräumen das muss noch alles mit und so ziemlich das alles jetzt muss ich noch heute nicht so stopfen dass wir morgen natürlich genug koi dabei haben für die kleinen schüler heute ist es soweit wir fahren zum wandergaul wir haben jetzt 6 uhr 30 oder wie viel uhr haben wir 6 uhr 30 unser auto ist ziemlich gut bepackt also mehr passt nicht rein thomas lädt jetzt noch die räder auf den pick up und dann geht's los an den stadt anhängen und die pferde einpacken bis gleich ja hallo während wir jetzt noch alles fertig machen bringe ich den juppi schon mal in die führanlage kann der vor der langen fahrt noch ein bisschen sich die beine vertreten die annie nehme ich gleich ein bisschen an die longe ein bisschen im schritt so wir sind jetzt 130 km schon unterwegs haben noch 368 vor uns die üblichen chaoten auf der autobahn sind auch wieder unterwegs das verladen hat wie immer super gut geklappt fertig sind gleich eingestiegen sind mega entspannt die machen eigentlich gar nichts hinten wir fahren jetzt noch vielleicht 150 km dann müssen wir wahrscheinlich eh demnächst tanken weil der raum braucht halt ein bisschen viel und ja werden auf jeden fall den pferd noch ein bisschen zu trinken anbieten weil die temperatur ist jetzt schon wieder auf 22 grad soll heute noch 29 grad werden und ja vielleicht wollen sie was trinken vielleicht nicht aber man hat es angeboten dann bis gleich wir sehen schon die berge wir haben noch 63 km zu fahren sind jetzt leider schon seit über sechs stunden bisschen mehr als sechs stunden unterwegs wir haben jetzt zweimal gehalten zweimal den pferden wasser angeboten sie wollten jetzt zweimal kein wasser haben obwohl wir eine außentemperatur von 25 grad haben und beide batschen nass geschwitzt sind okay aber die sehen happy aus und trotz dass wir jetzt drei viermal so wie jetzt gerade eben auch im stau stehen geht es denen gut und ich freue mich dass wir gleich da sind das kommt und 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 wir sind angekommen nach über sieben stunden autofahrt mehr als vier staus wo wir drin standen deswegen hat es dann doch am ende richtig lang gedauert und ziemlich viele chaoten auf den letzten 20 kilometern kurz vor dem wandergaul aber wir genießen das wetter wir haben uns jetzt erst mal abgekühlt und von der anlage zeige ich euch morgen mehr bis dann guten morgen ihr lieben wir haben jetzt 6 uhr 40 und werden jetzt mal die stings besuchen und frühstück geben Zufriedener Pferd. Also die Pferde haben jetzt schon Futter bekommen. Hier ist eine Selbstbedienungs-Heuhütte, was ich total geil finde. Wir haben jetzt schon mal Heunitze gestopft und haben noch so loses Heu für die Raufen mitgenommen, weil das Heu ist hier so gut. Die haben dermaßen reingeschlagen. Die haben ja normal immer eine Raufe, aus der sie fressen dürfen und dürfen so viel fressen, wie sie möchten. Aber hier war es extrem. Das schmeckt denen so gut, das Heu. Gut, ja. Und jetzt gehen wir mal runter und hängen die auf. Wir fahren jetzt erstmal Frühstück holen mit den Bikes. Deswegen haben wir es mitgenommen, dass wir halt nicht alles mit dem Auto fahren müssen oder nur zu Fuß. Und ja, mal sehen, mal sehen, was es gleich zum Frühstück gibt. Direkt hier im Ort haben wir einen kleinen Edeka. Gegenüber vom Edeka ist sogar ein kleiner Bäcker. Wir haben jetzt Frischbrötchen mitgenommen, Wurst und Käse und los geht's. Wir haben jetzt ein kleiner Bäcker. Wir haben es jetzt einen kleinen Baumann. Wir haben das glückende Brötchen. Wir haben also eine Brötchen-Berecheck. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das superschöne morgendliche kühle Wetter, weil es wird doch ganz schön warm und gehen eine kleine Runde ausreiten. Die Annie war jetzt wirklich super fit. Trotz ihrem Hofbeschwör hat sie gestern total abgespastet auf der Wiese und ist total am Buckeln gewesen und hat sich ihres Lebens gefreut. Also habe ich jetzt einfach mal ihren Hufverband nochmal etwas dicker getapet und jetzt probieren wir mal eine ganz kleine Runde, ob der hält. Ja. Wir sind vom Ausreiten jetzt wieder zurück. Wir sind circa sieben Kilometer jetzt unterwegs gewesen. Es war sehr schön. Vor allem halt so früh morgens mal unterwegs zu sein, das ist schon was Besonderes. Das kriegt man so normal nicht hin. Der Hufverband hat fantastisch gehalten. Ich zeige euch den gerade mal. Moment, muss ich gerade mal zu Annie. Warum? Annie, komm mal hoch. Komm mal hoch. Kein Loch, nichts. Also richtig gut gehalten. Vielen Dank, unbezahlte Werbung an Tesa Powerband. Ja, wenn das so gut hält, sind wir jetzt am überlegen, ob wir nicht doch eine große Runde mit den zwei Morgen oder Übermorgen reiten. Jetzt gucke ich mal, wie sich der Huf verhält von Annie, ob sie jetzt doch noch irgendwie was anzeigt, aber ich gehe davon aus, dass das richtig gut ist. Ich habe jetzt hier einfach mal mein ganzes Gewürzbezeug von zu Hause mitgenommen. Los geht's, ich habe Lust auf Lasagne. Wir reiten heute die Gori-Wirt-Runde von circa 20 Kilometern. Ich bin immer sehr gespannt. Thomas ist die Strecke gestern mit dem Fahrrad abgefahren und meinte, dass die halt wirklich richtig gut ist. Was ein bisschen blöd ist, wir müssen durch ein paar Ortschaften und über ein paar Straßen, aber da lassen wir uns mal überraschend. Zunut können wir absteigen und die Pferde drüber führen. Wir müssen die Gori-Wirt-Runde weiter absteigen. Das ist, wenn sie heute vorhin verletzen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder ab, wenn euch mit ihm auch hier ist. Ich bin immer wieder. Und das war's. So, dann noch ein paar Fragen. Ich bin immer wieder such und es bin immer wiederher. Ich bin immer noch zu 100 Kilometern, wenn ich weniger. Ich bin immer wieder. Und das war's. Musik Musik Guten Morgen, heute ist Donnerstag. Wir haben heute nicht so gutes Wetter, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Das bedeutet für die Pferde, die haben heute etwas Urlaub und wir fahren jetzt nach Briem am Chiemsee mit den Rädern und fahren von dort aus die Kampenwand hoch zur Gori Alm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Das ist so eine kleine 36 Kilometer Tour, die sollten wir aber mit den Bikes ganz gut schaffen. Wir werden einfach ein paar Bilder und Videos zeigen, wie es dort so ist. Und ja, dann bis gleich! So, wir sind noch ein Stück weiter gefahren nach Bernau, weil uns in, wie hieß das vorher? Weil in Prien einfach zu viel los war. Wir haben keinen gescheiten Parkplatz gefunden, weil mit dem Räumen, ja, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Und wenn wir dann in so einer Touri-Hochburg einen Parkplatz suchen, passt so gut. So, wir laden jetzt die Räder ab und fahren los. Bis dann! 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 Thomas Films einhändische Meter. Fast in den Graben gefahren. Danke nochmal an den Kameramann Thomas, der einhändisch gerade vor dem Hoch fährt. Ja, wir sind jetzt ungefähr vier Kilometer vor der Gori. Wird allen, bitte! Dort werden wir so eine kleine Vespa essen und eine schöne 2,3 Uhr finden. Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.